Ähm, heute kommt eine ganz kurze Manuermabend-Folge. Hallo, herzlich willkommen zu Manuermabend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Weil ich muss jetzt leider mich verabschieden. Ja, muss sein. Habe nämlich jetzt nicht allzu viel Zeit. Ähm, morgen gibt's wieder eine längere Folge. Ja, und bis dahin sehen wir uns dann wieder. Ich würde sagen, morgen 19 Uhr. Schaltet wieder ein. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Und ciao. Ciao. Da-da-da, oh no.